Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist die Walli aus der Kutik Ulla Lamu und Berglapperstraße 576 in Köln-Hulweide. So, jetzt haben wir noch mit dem heutigen Dienstagabend, haben wir noch elf Verkaufstaben für euch. Das heißt, ihr habt noch elf Tage Zeit und dann schließt Ulla Lamu hier in Köln-Hulweide ihre Türen. So, ihr bekommt jetzt wirklich mega Preise, da kann man sagen, wir gehen gut in der alten Zeit und da ich immer. Und ihr habt ja noch mal ein super schönes Teil, einen ganz tollen Pudding, richtig kuschelig weit, ist auch eine Venturpasse, eine Einheitsgröße, ist von 29 auf nur 15 Euro. Also alles, was ich euch jetzt zeige, sind Sachen von 29, 39 und die sind jetzt alle reduziert auf nur 15 Euro. Also die sind jetzt vorne, so wie auch hinten der Arbeitsplatz, auch sehr schön, auch so eine Tauchkose, die ist jetzt auch auf 15 Euro. So, schaut mal, hättet ihr für 30 Euro im kompletten Zweiteiler. Dann haben wir auch noch ein bisschen, also hier noch richtig schön leid, geht zum Übergang, also eine ganz tolle Stückart ist das. Einmal von Ries, ist auch für 15 Euro, die sind jetzt alle reduziert auf 15 Euro. Das sind so unsere Räumungsverkaufspreise. Das ist auch noch unter Lagerbestand, den wir noch mal hoch holt haben, das geht auch um die Zuneige. Und auch von Lagerbestand, den wir noch mal auf 15 Euro, so wie auch die Zuneige. Stark. Die sieht auch ganz stark aus. Der sieht hammer aus. Ja, ganz kass, ne? Hm. Das ist auch 15 Euro und die Zuneige, die Zuneige, die sind auch noch so schön aus. So wie auch mal die Grüne, die sieht auch ganz stark aus. Und die Kerle in den Haaren, noch so ein Räumungsverkaufspreise. Das sind immer von beiden Seiten. Hm. So wie auch dieser Pulli sieht stark aus. Die sind mit Deleganz. Auch für 15 Euro. Ja, so wie ihr seht, habt ihr hier richtig hammerpreisend. Für 15 Euro habt ihr diese tollen Pullis, die ich euch gezeigt. Und das ist auch alles naturpare, kuschelig weiß sind die. Und jetzt den Übergang zum Traum. Also genau, es ist so warm, es ist kalt. Also recht angenehm. Auch dieser hier ist auch für 15 Euro. Ich glaube, ihr habt ja für einen Braun. Ja, ich habe die schöne Frauen und die Zuneige dazu. Hast nämlich auch super schön. Und da auch wieder für 30 Euro. Ja. Und die Hosen sind alle mit dieser Star. Also die kreisen sich auch sehr gut. Hier kennen sie schon. Die sind normalerweise von 29 oder 15 Euro. Wenn ihr uns nicht. Dann haben wir auch diesen Pulli. Auch super schick. Hm. Und jetzt wird es ein bisschen frächer. Der Kuschel-Pulli bla bla. Haben wir auch wieder dabei. Das ist jetzt auch 15 Euro. Für 39 sind die. Und dann haben wir jetzt auch eine schöne Hose. Der ist Marc. Die ist in der Kuschel-Pulli bla. Kommt auch in unsere Pfanne auf 2 Teile. Für 30 Euro. Also hier könnt ihr wirklich super einkaufen. Super Schnäppchen machen. Also wie gesagt, das sind noch 10 Tage. Und dann am 24 ist es schließen wir auch die Türen. Am 24 ist der letzte Verkaufstag. Dann lösen wir auch unsere Boutique hier auf. Also das heißt, wenn euch was gefällt, könnt ihr dann gerne. Oder kommen wir auch noch drauf hin zurück. Könnt ihr gerne dann die Teile günstig mitnehmen. So, ihr habt ja auch nochmal mehr Reis. Ich gehe schaukeln. Diesmal geht sie auch schaukeln. Diesmal ist sie auch nicht schaukeln. Letztens hatten wir mehr Reis. Ich gehe schaukeln. War das nur geschriftet. Und jetzt haben sie sich was eingefallen lassen. Und dann haben wir gedacht, so, wo kann ich die mal nicht auf eine Reis schaukeln. Genau, diesmal macht sie es wahr. Genau, also von 9,30 auf 15 Euro. Hier auch nochmal, die Schwarz kommt jetzt auch sehr gut zur Geltung. Mehr Reis, ich gehe schaukeln. Also wenn es einmal zu viel ist, geht auch die Schaukel, schaukelt man. Dann geht es auch wieder runter. Geht es auch wieder besser. Geht es auch wieder runter. Einer hat die Ohren, ist auch von 9,30 auf 15 Euro. Sieht auch ganz toll aus. Alles so toll, mit Spaß gearbeitet. Also sind super Pullis. Und die könnt ihr auch in der Maschine waschen. Also sind Maschinen waschbar. Und die bleiben wirklich gut in Struktur und auch in Baum. Auch dieser hier. Diese Kuschelpullis. Also meine Kunden haben immer, die zieht man an. Und man sieht sie nicht mehr aus, weil sie sind ganz leid. Und man sieht sie nicht weiter, aber man hat gar nichts an. Gibt es auch nochmal, der in Weiß. Ich glaube, eine noch im Vorrat gehabt. Und auch noch mal in Schwarz. Die haben ja gesagt, wir haben das immer so stückrichtig hoch. Damit das nachher nicht zu viel wird. Wenn es nicht zu beladen ist. Und wenn ich einfach mal, dann liegt man für lauter Teile. Ich weiß nicht mehr, wie man sagt. Für lauter Wetter, weil ich nicht mehr. Das ist noch. So. Ja, macht er auch noch bei. Schwarz. Und auch sehr gut zur Glendung. Dann die Geschauke. Die weiß Geschauke. Den Royal Blau sieht auch stark aus. Sieht auch super gut aus. Oder auch ein Beerenhaut hier. Was ist das hier? Bla, bla. Mal ein Shirt. Denn da kann losgehen. Ja, die fallen sehr gut aus. Da geht ja schon mit Merkix-Salz. Und da gibt es auch wieder eine tolle Mose zu. Einfach mal eine Beerenmose. Ich habe die für 30 Euro. Und super schön. Zwei Teile. Ja. Feindvoll cool. Bin da. Kann losgehen. Yay. Ja. Okay. Da war ich ganz los. Ich kann losgehen. Ja, hier auch noch mal bla, bla, bla. Ich habe meine viel kleiner. Ja. Ich habe meine großen Hosen, kleine Hosen. Weil die sind hier sehr beliebt. Oder mein Totenkopf. Der sieht auch besser aus. Sieht cool aus, ja. Ja, das sieht jetzt auch für 15 Euro. Mhm. Super gearbeitet. Dann haben wir auch noch mal eine heiße Gäscher von den Schwarz. Das ist einmal breiter, einmal kleiner. Oder auch noch mal Dior. Und dann bla, bla, bla. Ja, ja, genau. Also das ist so beliebt, sind die. Wie auch im Boot. Also die passen auch im Bein. Das sieht auch toll aus. Ja. Wenn die Schwarzschule da. Du ziehst dann sowas vor hoch. Fiert das unheimlich klasse aus. Voll cool, ja. Die Hose sieht frech aus. Und trotzdem ist auch was. Mal ein bisschen freicher. Aber immer die Warte probiert. Dann hier auch ein bisschen die Mickey Mouse. Die fällt auch ins Kulturs. Das ist jetzt auch für 15 Euro. Cool, ja. Wie gesagt, die fallen alle ganz gut ausgesachen. Also wir haben auch die Kreis-Sachen, wie gesagt. Gibt es auch noch mal einen Pink. Da kann man auch wieder die tolle Pinke Hose drin sein. Da habe ich das auch wieder drauf. Dann habe ich das für 30 Euro. So, super schön. Zwei Knochen. Dann schwarz die Schuhe drin da. So, wie ein Tornschuss insat. Und dann kann man auch schauen. Oder auch ein Braun. Das ist das neuere Braun. Schönes Herbstraum. Und da auch eine braune Hose dazu. Okay. Das sieht sehr toll aus. Das passt dann auch alles super schön zusammen. Also, diese Kreis haben kleine Krüste. Und dann sind die Krüste. Also, die Spektzeit. Gib es auch noch mal einen raus. Sieht auch ganz klasse aus. Für 15 Euro. Ist auch immer ein 25. Richtig gut. Dann haben wir mal so ein Rudi. Ist auch 15. Zeig mal von vorne. Ich will es mal zeigen. Von vorne. So, jetzt sieht man das richtig. Ja. Und könnt das binden. Dann sind dann noch die andere Seite. Zwei Taschen. Richtig gut. Also, ihr könnt die Arme lang oder kurz tragen. Die startet auch bis 15 Euro. Dann haben wir auch den Vera, die Mickey Maus. Das Shirt. Ja. Auch nochmal 15 Euro. Oder Leib ist eins. Jo and Nell and Jo is five. Na ja. Ja, auch nochmal. Oh, wir müssen einen zweiten Film machen.